Natur genießen, Kultur erleben, Geschichte erfahren. Mit der Ludwigsbahn in Kehlheim vom Schiffsanlegeplatz an der Donau bis hinauf zur imposanten Befreiungshalle. An unserer Ludwigsbahn ist das Besondere, bei der Stadtrundfahrt über die Historie Kehlheims zu erfahren, über den Michelsberg hoch zur Befreiungshalle unsere Natur zu genießen und bei der Rückfahrt über den Michelsberg zur Stadt Mitte Einblick in die Altstadt Kehlheims zu haben. Bei der Befreiungshalle angekommen ein Muss? Der weite Blick hinab in das faszinierende Naturschutzgebiet Weltenburger Enge.